Dieses Guided-Tour-Video kann man vielleicht auch mal kurz, ich zeig's nicht, sonst kehren sie uns wieder in den Stream hier raus. Danke, YouTube, so gut. Copyright, bestes. Obwohl es ja okay wäre, aber es ist dann trotzdem, wird dann geflaggt und dann ist halt Blödsinn. Auf jeden Fall. Man sieht dort eine Szene, wo eine Apple-Mitarbeiterin, einem auch anderen Apple-Mitarbeiter irgendwie oder zwei Schauspieler sich gegenseitig dieses Ding zeigen. Die Premise von diesem Video ist mir nicht ganz klar. Ja, das ist Bob. Bob hatte noch nie eine Vision Pro auf. Doch, natürlich hatte Bob das auf. Bob ist gerade von der Straße reingeholt worden. Wir haben Bob noch nie vorher gesehen. Wir wissen nicht genau, wer er ist und wo er herkommt. Er setzt halt Bob das Ding auf und kriegt halt so ein paar Funktionen gezeigt. Im Grunde zeigen sie halt, dass du deine Gesten mit den Fingern machen kannst und wie du scrollen kannst. Also mit Erklärung, das würdest du an einem unsichtbaren Faden ziehen und Jalousien rauf und runter ziehen. Und dann kriegt er halt so ein, zwei Sachen gezeigt. Das kann man schon machen. Ich fand es ein bisschen, es war mir zu Teleshopping-mäßig. So ein bisschen so, wow, das ist ja toll, wie ich jetzt an einem Dinosaurier rumzupfen kann oder so. Ja, er war ein bisschen, die Begeisterung war nicht so überzeugend, fand ich. Also der hatte ja bei allem, was passiert ist, war der irgendwie völlig von den Socken her. Hier so, wow, ein Fenster mit Fotos. So, wow, das Fenster wird größer. Wow, es wird kleiner. Wow, ich hole es näher. Und so, ja, okay, come on. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist, also der Erstkontakt mit diesen verdammten virtuellen Fenstern, die vor dir in diesem Raum schweben, das ist einfach auch verdammt faszinierend. Deswegen ist es halt nicht realistisch, weil normalerweise würdet ihr einfach da sitzen mit offenem Mund und nicht irgendwie qualifizierten Kommentare abgeben. Deswegen, ich meine, es ist halt, geh mal von der Präsentationsform weg, ich finde, die Form als Zuschauer, das Ding präsentiert zu bekommen, so während wir jetzt hier zwei Wochen vor Verkaufsstart, vor erstem US-only Verkaufsstart sitzen, ist halt sehr gut gemacht. Du hast verschiedene Kamerawinkel, du hast teilweise sogar von oben, du siehst, wie die Gesten ausgeführt werden, dass die, ich meine, sie sagen, das ist auch explizit, dass die Hand nicht irgendwie vor dir sein muss, sondern die kannst du auch auf die Knie legen. Aber all diese Sachen sind halt echt elementar, um zu verstehen, ungefähr, wie du es bedienst. Also das erinnert stark an diesen Gummiband-Effekt, erstes iPhone, weißt du? Du kannst halt scrollen und wenn halt Gummiband ist, dann ist halt Ende der Liste und das sind solche Sachen, oder Slide to Unlock, das war erklärungsbedürftig damals. Und diese Sachen sind auch, die sind sehr schwierig zu präsentieren, weil du hast ja, du siehst ja, die Form der Präsentation schwankt zwischen einmal irgendwie so Art Screencast-mäßig, wo du die aus der Sicht des Benutzers schaust, dann aber auch wieder so eine Perspektive hast, wo du was in den Raum malst als Motion-Graphics-Designer, das da ja nicht ist. Und deswegen, wo du die zwei Perspektiven einnimmst, einmal die Person, die da sitzt, aber auch irgendwie das Zeug auf dem Screen ins Video malst, was da ja nicht für Nicht-Brillenträger, Nicht-Vision-Pro-Träger da nicht zu sehen ist. Deswegen ist das, ich finde es filmtechnisch und erklärungstechnisch sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie halt viele Leute da jetzt, kriegen die vielleicht die Demo im Store? Also das sollen 25 Minuten Einheiten werden mit der Demo im Store. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt dauerhaft machen, weil sie haben wohl extra so kleine neue Schränkchen in die Stores reingestellt, wo vielleicht irgendwelche Light Shields oder irgendwelcher Kram drin sitzt, den die Leute dann anprobieren können. Und, oder ob das viel, oder ob auch die Brille, wenn sie zum ersten Mal eingeschaltet wird, ob die so ein kleines Intro hat, weil du musst ja noch ein paar Einstellungen musst du ja machen. Du musst dich ja irgendwie wahrscheinlich via iPhone irgendwie einloggen, so wie beim Apple TV, halte jetzt dein iPhone an die Brille, um das irgendwie zu aktivieren. Und wahrscheinlich musst du deine, wenn du Brilleneinsätze hast, Gläsereinsätze hast, musst du die über so einen App-Clip irgendwie anlernen, dass die Brille weiß, welche Gläser eingesetzt sind. Oder vielleicht ist es auch so wie bei Amazon, dass das aus dem Bestellprozess bekannt ist, welche Gläser reinkommen und dann die richtigen Gläser irgendwie verknüpft werden. Der Kontakt ist nur magnetisch, also ich weiß nicht, ob da eine Datenverbindung oder so besteht. Also es gibt einen App-Clip, um deine Brillengläser anzulernen, also deine Size-Inserts an die Brille anzulernen. Das gibt's, aber ich weiß nicht, ob das jeder machen muss, der das dann aktivieren will. Und ob dann die Brille halt beim ersten Einschalten, ob die dir irgendwie so ein Tutorial gibt, so hier so hier Tap-to-Click oder wie auch immer, weil sonst weiß es ja erstmal nicht. Ja, ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also ich vermute schon, dass sie da nochmal ein bisschen versuchen, an die Hand zu nehmen. Das würde mich zumindest verwundern, wenn nicht. Ich habe mich gerade gefragt, weil ich meine, es ist ja lustig, dass du, also schon der Bestellprozess setzt ja voraus, dass du ein iPhone hast, mindestens mal zur Hand. Und ich hatte mich gerade gefragt, ob du die Vision Pro, aber trotzdem jetzt unabhängig davon, dass du bei der Bestellung mal irgendwo ein iPhone herholen musst, ob du die eigentlich nicht doch auch ohne iPhone theoretisch in Betrieb nehmen kannst, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo im Kleingedruckten oder so stand, du brauchst ein iPhone für das Gerät. Das ist ja relativ faszinierend, weil ich meine, bei der Watch wissen wir ja, ich meine, die Watch geht halt nicht ohne iPhone. Und da ist halt nichts zu holen. Du kannst sie nicht in Betrieb, ja, du kannst sie in Betrieb nehmen, aber du kannst halt wirklich eigentlich gar nichts mit ihr machen. Also du kriegst einen leuchtenden Bildschirm und mehr nicht, der dir nicht mal die Uhrzeit anzeigt. Also insofern... Aber da ist auch neulich auch jemand reingerannt, dass du auch kein Apple TV haben kannst, wenn du sonst kein Apple-Gerät hast. Ja, aber das war, wie war denn diese Problemkonstellation? Da kamen neue iTunes-Geschäftsbedingungen und die kannst du auf dem Apple TV nicht annehmen. Das haben sie dann aber, glaube ich, als Bugfix irgendwie hinterhergeschoben. Bestimmt, das ist bei Apple irgendwie keinem aufgefallen, weil es das, glaube ich, einmal auf der Welt nur gab, dass sich jemand ein Apple TV gekauft hat, der sonst kein Apple-Gerät hatte. Ja, das ist faszinierend. Also ich meine, das sind natürlich so Sachen, in die du dann früher oder später irgendjemand dann doch mal reinrennst. Ich bin neugierig, ob das bei der Vision Pro halt jetzt in irgendeiner Form der Fall ist. Aber ich vermute, dass du mit dem iPhone die natürlich bequemer das Setup durchführen kannst, wie wir es halt auch so von iPhone zu iPhone kennen beim Umziehen und so weiter. Aber ich denke, du kriegst die auch aufgesetzt ohne iPhone. Würde mich erstaunen, wenn das wirklich verpflichtend wäre, weil es ist irgendwo, also ich habe es nirgendwo gesehen, dass es explizit erwähnt gewesen wäre. Ja, zum Beispiel, um den App-Clip für deine Zeiss-Linsen zu aktivieren. Wenn du es nicht machen kannst, weil du kein iPhone hast, dann kannst du die Zeiss-Linsen nicht aktivieren. Oder zumindest nicht auf dem einfachen Pfad, weil dann müsstest du halt eingeben, was das für welche sind. Ja. Und das ist, ja, naja.